... ... ... ... ... ... ... Gesucht wird der deutsche Meister über die halbe Stadionrunde. Robin de Rêmer auf der Wand 4 im blau-weißen Trikot. Er liegt Schulz in schwarz. Robin de Rêmer ist vorne. Hast du ein Lauf? Was für ein Lauf und die große Zeitalterzeige. Wenn das stimmt, dass die 20 vorne steht, mein lieber Mann. Also, er ist in diesem Jahr schon 21.8 gelaufen, Robin Elevano.